Mehr, größer und umsatzstärker. Der Fußball-Weltverband FIFA wird die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ab 2026 mit 104 statt wie bisher mit 64 Partien ausrichten. Das hat der FIFA-Rat am Dienstag auf einer Sitzung in Ruanda beschlossen. Damit wird die WM 2026 noch aufgeblähter als die bisherigen Turniere. Dauern wird die Mega-WM in den USA, Kanada und Mexiko gut 40 Tage. Mehr Spiele bedeuten vor allem auch mehr Geld für die FIFA. Vertreter des Deutschen Fußballbundes saßen bei der Formatänderung in Kigali nicht mit am Tisch. FIFA-Präsident Gianni Infantino erfüllt mit den Expansionsplänen allerdings auch die Wünsche und Hoffnungen der vielen kleinen Weltverbandsmitglieder, die ihn am Donnerstag in eine neue Amtszeit wählen sollen. Vielen Dank, Frau Gianni, für Ihre Bemerkung. Having leaders who inspire and invest towards having...